Ah, ich wusste es, ich wusste es, ja Ja, oh, was ist das? Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal liebe Freunde, heute seht ihr 1-1 gegen 1 gegen Reason A, meine liebe Freunde, denn ich habe jetzt vorgestern oder so onstream gegen ihn gespielt, lief echt besser als gedacht, ich habe gedacht, ich sterbe viel öfter, es ging irgendwie am Ende 18 zu 10 aus für ihn, ich habe aber echt ein paar Mal echt dumme Pumfuss gemisst, trotzdem 18 zu 10, dafür, dass er einer der besten Spieler der Welt ist, geht das echt sehr, sehr gut klar, ich habe sogar einmal ihn geklippt, einmal gepickt, muss ich schon sagen, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Auf jeden Fall bin ich da auch relativ stolz auf mich, waren sehr leiste Runden dabei, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem Video, ich weiß, meine Haare sind sehr am Arschig auch zum Friseur, es kommen weiterhin geile Videos auf ihr zu, wir sehen uns morgen oder übermorgen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, kommt genau auf Twitch, Shanti, Shanti mit 2i und jetzt viel Spaß. Ich treffe keinen Schuss gegen dich gerade, Dicke. Okay, das ist cringe. Oh, das war cool. Das war cool. Das war cool. Ja, cool. War cool. Kaufen gehen, was wichtig ist, auf der Content. Ohne. Der Anfang war halt nicht mal gecappt, ne? Alles ist falsch. Ne, der muss umgedreht, der Tisch. Woll, da ist Spaß! Der Anfang war, heilige Geist. Ohne. Ja, der anderen war's. Der Anfang war es gar nicht vergleichbar. Kaufen Sie auf! Deinem Kinder war auch immer noch gegen die Vorhafte. Der Anfang war auch schon ein. Der Anfang war es noch nie. Ich glaube nicht. Ich hab dir geist. Ich klinge Mobile, bitch! Ja, cool. Oh, Prick-Time, okay. Das war noch nicht, ich war noch nicht, hatte. Hatte Mobile, bitch. Cool! Bitte! Nipp da mir! Nipp da mir! Oh! Alter, das war die krasseste Rost, das war auch KFC! Das Ralf ist echt geil, aber ich hab gar keinen Bock auf Förder gehabt. Oh, Mann! Aber egal, ey, Mann, Ralf ist nicht geschlagen im Leben. Aber machst du eigentlich, also willst du auch irgendwann mehr machen als 50, oder willst du einfach immer auf der 50-Set? Nein, ich mach jetzt erst mal 50, die erste Woche, dann 75 und dann irgendwann 100. Du musst ja hochworken, aber ich bin davon nur laufen gegangen. Oh, ich hab mich da nicht geschlossen, super! Oh, ich hab mich da nicht geschlossen, super! Komm mir jetzt! Ja, ich hab ja auch gepick-ax'ed. Das wird das... Nachher... Komm einfach los! Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ah! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es! Nein, 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 nein! Nein! Wie viel Wins hab ich? Ich hab 8 Wins. So, ich lasse einfach alle Wins auf YouTube hoch und den PKX und dann mach ich jetzt Titel 1v1 gegen den besten Spieler auf der Welt gewonnen. Ist halt ein bisschen Clickbait, ich hab zwar gewonnen, aber ist halt ein bestes Spieler der Welt. Tod! Ah! Nein, weil ich nicht gleichzeitig die Drone auf hab. Ja, die Drone auf hab. Ja, die Drone auf hab. 32 Gerstatt, nice! Alter, 79, nice! Ich wusste, ich war irgendwie ein Clown oder so. Ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot. Super. Und? Ja, ich wusste es. Ah! Ich bin nicht tot, dann doch nicht. Doch, doch, das war's. Klasse gemacht. Oh! Ah! Best immer. Ja! Oh! Hast du das gesehen? Wie lange soll ich noch 1v1 machen jetzt? Digga, bis ich losfahren muss. Du musst losfahren? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Oh! 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 Alles gut! Wirklich, ich hab kein Problem. Also. Mmj. Oh!